Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast, ohne Intro, aber dafür mit dir. Die Stimme aus dem Hintergrund. Ne, wer ist hier? Hallo, hallo. Beanie ist wieder da. Yes. Ich bin wieder am Start. Yes. Du hörst den Hunde-Podcast mit Hundetrainerin Claudi, das bin ich. Und ich bin Hunde-Dummy. Dummy? Ja, also Dummi. Ach, Dummi-Dummy. Quatsch. Doofdödel. Doofdödel. Doofdödel-Beanie. Nein, du bist einfach eine Hundehalterin. Ach, stimmt. Ja, guck, ich war so lange nicht mehr da, dass ich schon nicht mehr meine Funktion wusste. Dass du einfach schon nicht mehr weißt, was bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Warum bin ich hier? Muss ich kurz eine kleine Geschichte erzählen. Fängt mir gerade an. Mein 96-jähriger Onkel hat den Verlobten meiner Schwester neulich gefragt, was er denn für eine Funktion hat. Nein, echt? Ja. Und dann gesagt, ja, ich bin hier der Verlobte. Ich bin der Gärtner. Ja. Ja, witzig. Kleine Geschichte am Rande. Oh, Onkel Günther? Ja. Witzig. Das war schon lustig. Der reißt doch immer Dinge, ne? Ja, absolut. Alter, Alter. Wir haben heute ein nicht so schönes Thema mitgebracht, aber trotzdem ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Genau. Und ein sehr wertvolles Thema mitgebracht. Ich denke. Für alle, die sich gewundert haben, dass Bini so lange nicht da war und dass ich mir immer irgendwelche komischen Leute, nicht komischen, sondern Leute gesucht habe. Komisch hört sich so, das war fies. Nein. Leutchen gesucht habe, beziehungsweise sogar einen Podcast alleine für euch aufgenommen habe, was ich übrigens nicht so toll finde. Aber du kannst das. Ja, ich kann das gar nicht. Ich sage immer, ne, ne. Wir waren eben gerade, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, wir waren eben gerade in Mölln und ich hatte ein Welpentraining. Bini ist mitgekommen. Ich musste wieder das... Ja. Nee, ich habe nicht mehr gesagt. Okay. Bini ist mitgekommen und hat die ganze Shose gefilmt, weil wir haben ja bald unseren Online-Kurs. Das ist ein Online-Kurs mit Live-Sessions. Das wird mein Baby. Also ich freue mich auch drauf. Oh, ich freue mich auch drauf. Hundeerziehung leicht gemacht heißt dieser Kurs. Und für diesen Kurs haben wir euch eine echte Session mitgefilmt. Genau. Also ich habe meine Kunden angeleitet. Das war eine ganz normale Stunde. Also es war nicht eine ganze Stunde, sondern eine halbe Stunde. Ja. Ist ja ein kleiner Welpe gewesen. Und wir haben das... Und du hast es gefilmt. Mhm. Ja. Und das habe ich mir eben... Ich habe kurz eben einmal reingehorcht, als ich nach Hause gefahren bin und habe gedacht, meine Fresse. Wie kann man so oft ne sagen? Ne? Ne? Wo du das jetzt angesprochen hast, wird da jeder drauf achten. Und vorher hätte das keiner gemerkt. Ich sage es dir. Unfassbar. Ich könnte ausmachen. Nein. Also was stimmt mit dir nicht, dass du den Podcast hörst? Jetzt echt mal. Was sind deine Baustellen? Wie ist das noch nie aufgefallen? Ehrlich nicht? Nein. Und du weißt, das Witzige ist immer, ich schneide ja ein bisschen... Ich muss zugeben, ich schneide so ein paar Näs schneide ich hier raus. Weil sonst... Okay. Das kann doch keiner hören. Und... Ja. Und immer, wenn ich ne sage, sagst du ja. Echt jetzt? Ja. Das ist total witzig. Also ich erzähle was, du, 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 ne? Und du mh. Oder ja. Das finde ich zum Beispiel bei mir ganz schlimm. Dass ich immer so, ja, mh, ja, ja, mh, mh, sowas sage. Da denke ich immer, halt doch mal die Frische. Pst jetzt. Ja, genau. Pst jetzt. Ich versuche mir das auch schon mal zu verkneifen, aber das ist echt schwer. Ja, das ist super schwer. Das ist so ein Tick. Man bekommt es ja auch gar nicht mit. Ne, eben. Also, als ich mir jetzt eben das angehört habe, ich wusste nicht, dass ich in jeder zweiten Sekunde ne sage. Okay. Ja. Aber es wird ein Megakurs. Ich freue mich da wirklich drauf. Und ich hoffe auch, dass ganz viele Menschen bereit sind, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Obwohl ich habe den wirklich, wie soll ich sagen, sparsam gerechnet. Okay. So gut wie es ging. Ja. Der wird ganz viel Input enthalten, viele Videos. Wir werden uns zehnmal live sehen. Cool. Es wird eine Facebook-Gruppe geben. Die Leute dürfen ihre Videos reinstellen. Also, ja, das wird mein Baby. Ja. Und wir wollen, oder beziehungsweise mein Ziel ist es, dass wenn ihr den Kurs fertig habt, dass ihr dann einen Hund habt, der im Alltag wirklich gut mitlaufen kann. Ja, ja. Und dass der so gewisse Grundregeln kennt, dass er sich entspannen kann, dass die Leinführigkeit funktioniert und so weiter und so weiter. Dass alles sicher ist. Dass alles sicher ist. Genau. Wir hatten heute ja das Thema in ungewohnter Umgebung, damit der Hund runterfährt, wie man sich verhalten soll, wie man das hinbekommt, dass er nicht so sich hochfährt. Ja. Hat sie super gemacht, oder? Richtig, ja. Die ist ja auch so süß. Die ist super süß. Aber die ganze Familie macht das halt wirklich toll. Und das, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, ist halt so, so wichtig. Ich habe auch zu der Besitzerin gesagt, zu Sarah, falls du das hörst, liebe, liebe Grüße. Und nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass wir euch filmen durften. Und ich habe vorhin auch gesagt, das hört sich jetzt eingebildet an, ne? Aber ich bleibe dabei, wenn die Leute das machen, was ich sage, dann funktioniert das halt auch. Ja, ist ja auch so. Ich habe mir das ja auch nicht ausgedacht. Ich habe es ja auch mal gelernt. Ja, genau. Und natürlich die Erfahrung, ganz klar, ne? Ja, ja, sicherlich, klar. Das macht auch was aus. Ja. 25? 95. Ah, wollte ich gerade sagen. 25 ist zu wenig. Zu wenig. Danke. 95 Jahren Hundeerfahrung. Nee, aber man denkt sich ja was dabei, wenn man etwas sagt oder etwas vorgibt oder so, ne? Und etwas trainiert. Und ich sehe immer in den ersten Sekunden, viele denken ja immer, ich bin Columbo und bin so verwirrt, aber nee, 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 nee. Ich sehe alles. Alles. Ich sehe, wenn ihr bei mir auf dem Hof fahrt, wenn ihr die Tür aufmacht, wie ihr den Hund rausholt. Ich sehe alles. Das stimmt, ja. Stimmt, oder? Ja, ja, du hast recht. Ich müsste mir diesen Parker holen. Ich sehe alles, oder wie? Nee, hier von Columbo. Ach so. Ja, und Zigarre, ne? Boah, stimmt. Ja, ihr Lieben, also, wir wollen, wir machen das heute mal andersrum. Ja. Wir werden erstmal den Ausblick erzählen. Ah, okay, was ist denn dran? Ich habe gar keine Ahnung. Am Donnerstag haben wir den Themenabend. Ja. Und das wird ein geiles Thema. Und zwar werden wir da über die Körpersprache des Hundes sprechen. Ja. Ich möchte gerne, dass alle Hundehalter wissen, warum macht ein Hund das oder wenn der Hund so und so aussieht, wenn die Schnauze das und das zeigt oder die Ohren, die Rute, was bedeutet das denn? Und dann versuche ich, ich will es noch nicht so ganz versprechen, aber ich versuche, Videos irgendwie zusammenzuschneiden und dann vorher in die Clubgruppe zu stellen, dass ihr euch die angucken könnt. Oh, dass wir schon mal vorher einen Senf dazu geben können? Ja, dass ihr euren Senf dazu geben könnt. Genau, weil ihr habt mir ja gesagt, dass ihr das so toll findet, wenn ihr vorher schon mal spekulieren könnt. Ja. Ich habe ja Millionen Videos von Hundehaltern mit den Hunden und auch Hunden untereinander und so. Aber das Ding ist halt auch, ich kann das nicht live abspielen, also kann ich schon, aber Zoom hakt dann immer so. Ja, das stimmt. Und gerade bei Hundebegegnungen ist es natürlich doof, wenn ich dann erzähle, guck mal hier die Ohren, guck mal das und ihr, ja, ihr wartet auf die Ohren. Genau, richtig. Ihr habt ein Standbild. Ja, richtig. Deswegen werde ich das vorher in die Clubgruppe stellen. Das ist eine gute Idee. Ja, ich weiß noch nicht so genau, ob ich euch mitwirken lasse. Vielleicht sage ich auch, okay, es dürfen mir drei Videos geschickt werden. Ich gucke mal. Das haben wir ja schon mal so ähnlich gehabt. Ja, ich erinnere mich, ja, das stimmt. Das fanden eigentlich alle ganz toll. Und wir werden aber auch ein kleines Webinar, werde ich halten, um euch, du hast das schon ein paar Mal mitgemacht. Ist total lustig. Als ich Piddy neu hatte, da ging es ja auch immer um Körpersprache, Körpersprache, bla, bla, bla. Und immerhin habe ich innerlich, ja genau, innerlich habe ich tatsächlich immer gedacht, bla, bla, bla und habe mir in den Augen gerollt. Halt die Fresse, hast du gedacht? Ja, so ungefähr, genau. Nervt mich nicht so. Aber ich habe mir das ja jetzt schon so oft dieses Seminar angeguckt. Also gefühlt war ich ja ungefähr jedes Mal dabei. Ja. Und ich finde es immer noch spannend. Ja. Das ist total verrückt. Und immer noch irgendwie, finde ich, kann man sich wiedererkennen, beziehungsweise man denkt dann ja an Situationen. Ja, sowas zum Beispiel. Oder man entdeckt was Neues. Also das ist, also mega. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich die Rückmeldung bekomme von allen Teilnehmern, die den Kurs mitgemacht haben. In der Therapie und der Ausbildung ist das ja auch ein Teil. Okay. Also da haben wir sogar einen großen Teil. Das ist dann ein ganzer Tag. Danach sagen die Teilnehmer immer, nachdem ich ja bei euch den Kurs gemacht habe oder das Seminar gemacht habe, sehe ich jetzt das und das und das und das. Ja. Und das freut mich immer wahnsinnig. Ja, genau. Ja. Und auch durch dieses, ja, entschuldige. Durch dieses öfter, also immer wiedersehen und immer noch mal sozusagen, auch wenn es vielleicht immer wieder das Gleiche ist, die gleiche Situation oder die gleiche Körpergedöns, was der Hund da zeigt. Aber das du hast ja immer wiedersehen, immer wiedersehen, irgendwann ist es dann drin im Kopf. Und dann, manchmal ist es ja auch halt, wenn man es einmal gesehen hat, wieder raus aus dem Kopf. Diese, also das ist echt cool. Und dann siehst du es halt auch im Alltag. Ja, eben, genau. Es fällt dann einfacher. Ne? Das, 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 ne? Scheiße, verdammt. Das lasse ich jetzt drin, schneide ich nicht raus. Ja, nee, das musst du jetzt auch drin lassen. Das würde voll auffallen. Volle Pulle. Genau, das ist der Ausblick und das Thema, wie mache ich jetzt die Überleitung, ist gar nicht so einfach. Am besten. Soll ich das übernehmen? Sagen wir das so, ja. Wir haben ja sonst immer den, oder unser Highlight, dein Highlight, mein Highlight. Und da haben wir jetzt gesagt, wir canceln das jetzt. Du erzählst einmal, warum du faule Sau nicht da warst. Richtig. Weil alle denken bestimmt, ja, die waren auch bestimmt hier Couching und so. Aus Bali war ich. Bali, sowieso? Nein, tatsächlich, wir haben es ja ab und zu, glaube ich, habe ich schon mal ein bisschen erzählt, dass meine Mutter ja ziemlich krank war in letzter Zeit. Deswegen habe ich mich ja so ein bisschen rar gemacht hier. Oder musste ich mich ein bisschen rar machen. Ist ja nicht so, dass ich es unbedingt wollte. Und leider ist es dann aber auch so gekommen, dass meine Mutter jetzt vor zwei Wochen oder was, keine Ahnung, die Zeit rennt irgendwie, leider verstorben ist. Und so kamen wir aber eigentlich auf das Thema von dieser Folge, weil, naja, wir waren natürlich, wie das so ist, ziemlich traurig alle zu Hause. Mein Vater, meine Schwester war da. Ich war natürlich da mit Pitti. Und mein Onkel war auch da. Naja, noch so ein paar mehr Familienangehörige. Und wir haben natürlich oft da gesessen und geweint. Und dann kam der Wirbelwind Pitti an. Der ja eigentlich immer so der Klopsi ist, ne? Richtig, ja, ja, genau. Und der da ja eigentlich alles aufgemischt hat eigentlich. Und er kam auch wieder an in seiner gewohnten Art. Also ich glaube, selbst die Hörer, die Pitti nicht kennen, wissen von den Erzählungen, dass er so ein Wirbelwind ist und ein bisschen Gaga und naja, was auch immer ist. Und mit Mal war aber trotzdem irgendwie ein Wirbelwind, aber ein anderer Wirbelwind. Er ist zu mir gekommen ganz oft, wenn ich da gesessen habe und geweint habe. Und hat sich, ist auch mir so halb auf den Schoß gesprungen. Aber hat dann halt nicht, hat dann aufgehört, dieses Anstupsen und was er da immer gemacht hat, sondern war einfach nur da. Er hat einfach nur mit seinen Vorderpfoten auf meinem Schoß gelegen und hat gewartet, bis ich fertig geweint habe. Cool. Ja, total. Und er hat mittlerweile auch einen neuen Namen bei uns bekommen. Er heißt jetzt Dr. Pitt, weil er jetzt unser Therapeut geworden ist. Denn er hilft meinem Vater auch ganz viel. Ich bin natürlich im Moment ganz viel bei meinem Vater. Und da habe ich Pitti natürlich dabei. Und wenn ich dann zum Arbeiten bin, dann sagt er immer, bring mir mal den Pitti her. Ach, cool. Und dann bringe ich Pitti rüber. Und dann ist er halt eben nicht alleine und gibt ihm dann so Sicherheit. Ja, und so kamen wir auf die therapeutische Wirkung von Hunden quasi. Ja, absolut. Was habe ich gesagt? Er ist doch Nalas Sohn. Ja, genau. Da hat er dann tatsächlich dann doch was von Nala abgekriegt. Hat er doch was von Nala abbekommen. Ja, genau, richtig. Weil bei Kaspar ist es nämlich eher nicht so. Der ist zwar auch sehr kuschelig und so, aber wenn man jetzt richtig doll traurig ist. Und ich habe ja auch schon in der Therapie gearbeitet. Damals ist Nala ja schwanger gewesen. Hat sie während der Zeit schwanger? Ja, sie ist da ja schwanger geworden. Und ich habe ein, Entschuldigung, ein hochgradig behindertes Kind betreut mit Nala. Und irgendwann war es ja so weit, dass sie halt nicht mehr mit konnte. Und wir haben dann besprochen, dass wir dann Kaspar mitnehmen. Das waren dann wirklich nur noch so zwei, drei Mal oder so. Und da habe ich ganz deutlich den Unterschied gesehen. Das ist halt ein Kind, was auch sehr laut schreit. Okay. Und Nala, die hat halt so eine Ruhe in sich. Und die legt sich dann zu dem Menschen hin. Und sie ist dann einfach da. Sie legt ihren Kopf rauf. Und das ist etwas, was man dem Hund nicht beibringen kann. Und Kaspar hat Stress gehabt. Der hat das zwar auch gemacht, weil er unter Gehorsam steht. Also wenn du dann sagst, leg dich mal hin, dann macht er das. Aber du siehst es ja an der Körpersprache. Da sind wir wieder an der Körpersprache. Du siehst es halt einfach am Gesicht, an der Körperhaltung, am Hecheln, an der Ohrenstellung. Siehst du das halt, dass Kaspar Stress hat. Nala nicht. Ja. Die nimmt das auf und leitet das irgendwo hin ab. Keine Ahnung. Richtig. Ja. Und fordert das auch ein, will das auch. Also wenn wir irgendwo sind, wir waren ja zum Beispiel auch vor zwei Wochen bei der Frau von unserem ehemaligen Arbeitskollegen, der hat einen Schlaganfall, oder sie hat einen Schlaganfall gehabt, so rum, nicht er, sondern sie. Die Frau hatte einen Schlaganfall. Und ich bin mit Nala einmal hingefahren und es war einfach, es war einfach großartig. Also Nala weiß einfach, was sie tun muss. Verrückt, ne? Die weiß das einfach. Ja, also die haben da ja irgendwie Antennen. Antennen, ja. Kann man ja nicht anders sagen. Genau, und da kann man dann auch sehen, dass Pitti dann in der Situation, ich war ja nicht dabei, aber wahrscheinlich einfach wusste, wie er sich verhalten soll. Ja, also er ist schon noch anders als Nala, also diese Mega-Ruhe, die Nala hat, die hat er nicht. Aber dafür, dass man ihn halt so quirlig und so hektisch kennt, war er dann mit mal, ja, hat dadurch uns eine Ruhe gegeben, ne? Ja, ja. Und da kann man auch mal sehen, wie schön das eigentlich ist, wenn Hunde da sind. Ja, total. Also nicht nur die Ruhe, also ich glaube, er hätte euch die auch gegeben, wenn er nicht so gewesen wäre. Kann sein. Einfach, dass er da ist, ne? Ja, absolut. Dass man ihn streicheln kann. Ja, ja. Ich meine, es ist ja wissenschaftlich bewiesen, es wurden ja Tests gemacht und Blutentnahmen und Blutdruck, der Blutdruck wurde gemessen in Situationen. Und wenn Menschen dann den Hund streicheln, dass der Blutdruck runtergeht, also dass er sich senkt und auch, dass der Cortisolspiegel weiter runtergeht. Ah, okay. Wenn Menschen Hunde streicheln. Ja, das ist fantastisch. Ja, da freue ich mich richtig, richtig doll. Ja. Halt für euch auch, dass euch das hilft. Ja, absolut. Also das ist nicht zu beschreiben, was das für eine Hilfe ist. Schön. Ja, total. Sehr, sehr schön. Wir haben ja auch bald wieder eine neue Therapie-Hunde-Ausbildung. Wir gehen ja in die, weiß ich nicht, wievielte Runde. Und zwar ist am 25.02. der Eignungstest, der wird bei uns in Mölln stattfinden. Und am 4.03. glaube ich, geht dann die Ausbildung los, der Therapie-Hunde- und Schul-Hunde-Teams. Okay. Und erstmalig auch Besuchshunde. Ah, oh echt? Ja. Guck mal, das wusste ich doch gar nicht. Genau. Wir werden, mal gucken, wir wurden jetzt schon ein paar Mal angesprochen und da ist es, ja. Ja. Werden wir dann in die Runde gehen. Sehr cool. Und Eignungstest, wer darf, was muss man tun, wenn man da hin möchte? Für den Eignungstest? Ja. Das ist echt eine coole Frage und ich werde auch häufig angerufen. Die meisten fragen dann immer so nach der Ausbildung und ich sage dann immer, der Eignungstest ist wirklich die erste Stufe. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Irgendjemand hatte mich mal angerufen und hat dann gefragt, ja, wie ist denn das, wenn ich dann den Eignungstest nicht bestehe, kann ich dann trotzdem die Ausbildung machen? Äh, nee. Nein. Das ist eine lustige Frage. Habe ich auch erst so gedacht, aber ja, aber es war halt eine Frage. Ja. Und nein, definitiv nein. Und man kann sich auch erst, nachdem man den Eignungstest bestanden hat, kann man auch sich erst anlegen. Erst anlegen. Ja. Sollte man auch. Ja. Weil alles andere macht keinen Sinn und der Eignungstest ist ja dafür da, um zu schauen, ist das überhaupt etwas für dieses Team? Mhm. Und bei uns geht es wirklich gar nicht darum, dass der Hundehalter seinen Hund perfekt erzogen hat, dass man perfektes Fuß, perfekte, weiß ich nicht, perfekte Leinführigkeit kann, sondern wir wollen sehen, wie geht ihr denn miteinander um? Ja. Und wir haben das ja eben schon gesprochen. Na? Ich bin zwar Columbo, oder viele denken das, aber ich sehe alles. Alles sehe ich. Und auch wenn ich mich unterhalte mit Leuten, sehe ich trotzdem, was da und da und da abgeht. Das ist tatsächlich mein Talent, muss ich jetzt mal sagen. Hast du auch noch irgendwie Augen im Hinterkopf oder sowas? Das heißt, weil ich sowieso lange Haare habe. Ah, so. Ich stecke mir die ganzen Augen hinter. Ja. Das macht mit mal alles Sinn. Ja. Das ist Sinn. Nein, aber ohne Witz jetzt. Wir achten da drauf, wie holt ihr den Hund aus dem Kofferraum? Wie reagiert er, wenn da zum Beispiel andere Hunde sind? Also springt er in die Leine und will den anderen Hund zerfetzen? Ja. Oder ist er halt einfach nur aufgeregt? Ja. Und das ist nicht schlimm. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn dein Hund aufgeregt ist. Du wirst wahrscheinlich auch aufgeregt sein. Ich wäre mega aufgeregt. Total. Es geht da ja auch meistens um etwas. Das heißt, man möchte sich meistens beruflich verändern. Man möchte etwas erreichen. Man möchte Menschen etwas zurückgeben vielleicht. Ja. Oder vielleicht bist du in einem therapeutischen Bereich schon tätig und möchtest deinen Hund ergänzend mitnehmen. Ja. Ja, aber dann ist es ja auch gut zu wissen, dass man nicht da getestet wird, in Anführungszeichen, auf das, was man schon kann mit dem Hund. Weil ich glaube, das nimmt dann so ein bisschen so einen Druck dann da raus. Ja. Sondern, dass es halt einfach darum geht, zu gucken, wie reagiert der Hund auf was auch immer. Ja. Und wie reagiere ich dann wiederum als Hundehalter darauf? Ja. Viele fragen mich dann auch immer, ja, aber was kann ich dann vorbereiten? Was kann ich denn? Ja, genau. Richtig, ja. Ich sage dazu auch nichts. Na klar könnte ich sagen, ja, siebenmal Platz, einmal Fuß, fünfmal Sitz. Nee, warum? Was bringt dir das? Richtig. Das bringt dir gar nichts. Generell sollte man seinen Hund gut erzielen, dass er in der Menschenwelt gut klarkommt. Klar. Das finde ich ist, ne? So oder so. Wollen wir nicht drüber reden? Ja. Aber uns ist es viel wichtiger zu sehen, okay, was macht denn der Mensch, wenn es nicht klappt? Wenn du deinem Hund einen Platz gibst und du entfernst dich von dem Hund und der steht wieder auf und geht hinter dir her, dann gucke ich mir an, okay, wie sieht denn dein Hund aus? Warum geht er dir denn hinterher? Ist es nur Mangels Training? Ja. Wenn da zum Beispiel ein sechs Monate alter Hund ist, ja, der kann das wahrscheinlich noch gar nicht. Dürfte, wo du jetzt gerade sechs Monate sagst, dürfte man schon mit sechs Monaten zu so einem Test kommen und auch die Ausbildung machen? Unbedingt. Okay. Unbedingt. Die Ausbildung geht ja ein Jahr lang. Stimmt. Und in diesem einen Jahr lernt ihr ja so viel, ihr reift. Man darf die Prüfung erst mit einem Jahr machen. Das ist bei uns die Voraussetzung. Aber es passt ja. Ne? Ja. Genau. Und deswegen klares Ja. Und wir passen den Test natürlich dementsprechend dem Hund an. Ja. Also ein Welpe oder ein Junghund braucht natürlich kein perfektes Sitzplatz, Fuß. Das braucht man sowieso nicht. Aber wir fragen, klar, wir fragen auch die Basics ab. Ja. Wir gucken, wie ist denn der Rückruf. Wir gucken, wie ist denn so die Leinführigkeit. Das machen wir aber meistens so, dass ihr das gar nicht so mitkriegt. Glaub ich. Richtig. Das wird jetzt nicht so eine Station sein, die immer von da nach da, sondern wir bauen das so ein bisschen mit ein. Und dann gibt es halt Situationen, wo wir etwas schaffen, was die meisten Menschen die meisten Hunde nicht im Alltag haben. Und da wollen wir schauen, okay, wie reagiert der Hund? Werde ich gefressen? Oder erschrickt er sich einfach nur? Oder ist es ihm egal? Oder hat er Angst? Hat er Angst? Wie doll hat er Angst? Stimmt. Und wenn er Angst hat oder wenn er sich erschrickt oder vorsichtig ist, wie schnell kommt er da wieder raus? Oh ja, stimmt. Wie schnell er? Wie reagiert er? Ja. Und was ist dein Part in dieser Situation? Wie verhält sich der Mensch, wenn der Hund sich irgendwie verhält, was vielleicht unvorhergesehen ist? Ja. Deswegen kann man das nicht üben. Nee. Man kann es nur üben, indem man mit seinem Hund ein tolles Verhältnis hat, indem man seinen Hund Sicherheit gibt und indem man seinen Hund an viele Situationen heranführt. Ja. Ein gutes Team sein. Ein gutes Team sein, genau. Und in diesem einen Jahr lernt man so, so viel. Das glaube ich, ja. Und wir haben so unterschiedliche Themen und so vielfältige Themen. Es geht auch ganz viel um den Hund an sich. Also die Lerntheorie wird da ja mit drin sein in der Ausbildung. Hundisch, Körpersprache und blablabla. Ja. Unendlich viele Themen. Genau. Können wir ja gleich nochmal sonst ein bisschen detailliert drauf eingehen. Aber bei Eignungstests ist es halt so, dass wir wissen wollen, wie funktioniert der als Team. Und wir haben das so, beziehungsweise andersherum, in der ersten Ausbildung, in unserer ganz ersten Ausbildung hatten wir ein Mensch-Hund-Team. Da war dem Hund nicht ganz so erst drei anderen Hunden gegenüber. Ja. Und auch bei manchen Menschen. Okay. Da war der ein bisschen vorsichtig. Ja. Das ist ein wahnsinnig toller Hund. Ich mag diesen Hund unfassbar gerne. Aber ich würde jetzt, heute, now, ihn nicht mehr zulassen. Okay. Ich kenne den schon von Welpen an und ich mag den halt unfassbar gerne. Und ich weiß eigentlich auch, dass der, wenn er richtig geführt wird, einen guten Job macht. Aber mittlerweile würde ich da anders drüber denken, weil die Ausbildung war sehr, sehr anstrengend mit diesem Hund. Ja. Weil er immer wieder an seine Grenzen gekommen ist, weil er immer wieder nach vorne gegangen ist, weil wir ihn separieren mussten, weil er die anderen Hunde angegangen ist, weil er auch manchmal mit den Menschen nicht klarkommt. Wir waren dann im Seniorenheim und dann hat er dann den Opa angeknurrt, weil ihm das zu viel war. Ja. Nicht, weil er böse war. Nee. Ist er gar nicht. Sondern, weil es ihm zu viel war. Mhm. Und da würde ich, oder beziehungsweise achten wir jetzt auf dem, oder bei dem Eignungstest sehr darauf, dass da keine Aggressionen sind. Ja. Das ist für uns eine große Voraussetzung. Ja, das glaube ich. Wie reagiert der Hund, wenn man zügig um die Ecke kommt? Wenn er knurrt, einen anbellt, dann ist er leider raus. Mhm. Ja. Das machen wir nicht. Ja, nee, kann ich auch verstehen. Okay, es geht ja auch um die Sicherheit dann, ne? Richtig. Und das sind ja dann in der Regel Menschen, die sich nicht so in Anführungszeichen wehren können, ne? Richtig. Kinder oder Ältere, ja. Genau. Und das ist halt ein Aspekt, der, oder jedenfalls bei uns, der Therapiehunde oder Schulhundeteam oder auch Besuchshundeteam, darf keine Aggression zeigen. Ja, cool. Gibt es vom Alter nach oben hin eine Grenze? Hm, das kann ich gar nicht so beantworten. Nee, glaube ich. Ja. Ich wurde das ein paar Mal schon gefragt. Und ich sträube mich so sehr, ein Alter zu nennen. Ja. Weil es gibt ja siebenjährige Hunde, die sind schon, wie bei Menschen, ne? Richtig. Die sind schon halbtot, in Anführungsstrichen. So, da denkst du, meine Güte, das dauert nicht mehr lange. Weiß ich nicht, wenn du da manchmal hast, so einen 40-Jährigen vor dir und denkst, meine Güte. Ja, genau. Dann hast du manchmal, guck dir deinen Papa an, ne? Ja, richtig. Wie alt ist der? 72. Guck dir das an. 72. Guck dir das an. Ja. Ey, finde ich, sieht man gar nicht. Der ist wirklich super fit. Man merkt das gar nicht. Und der ist echt agil und so. Und da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass dein Vater nochmal irgendwie sich umorientiert, irgendwie nochmal eine Fortbildung macht oder so, was ihn begeistert und wo er sich reinknien kann. Ja. Nicht auszuschließen. Ja. Ne? Und dann gibt es 40-Jährigen so. Und das ist bei den Hunden genauso. Ja, finde ich gut. Nala zum Beispiel, ne? Die würde immer noch was reißen. Die ist 10. Mhm. Stimmt. Die würde, ich weiß nicht, ob ich jetzt so eine Riesenausbildung mit ihr machen würde, ne? Aber wenn du zum Beispiel so einen 7-, 8-Jährigen hast oder so, ja, warum nicht? Wenn der wirklich noch richtig fit ist. Ja. Und es kommt auch immer auf die Rasse drauf an. Ja, glaube ich. Die ganz großen Hunde werden ja nun mal auch nicht so alt wie die Mischlinge oder kleinere Hunde, ne? Auch da kommt es ja so ein bisschen drauf an. Genau, da muss man so ein bisschen individuell gucken. Und man muss auch gucken, was möchte man machen? Ja, stimmt. Wenn du jetzt so ein Senior hast und du willst in den Kindergarten gehen, ha, schwierig. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn du einmal in die Woche, einmal die Woche ins Betreute wohnen gehen möchtest und hast vielleicht nur so drei, vier Bewohner. Ja, warum nicht? Ja, genau, ne? Ja. So wie Anton in Berkentien. Anton ist ein Pudel. Der hat auch, das ist auch so ein wahnsinnig geiles Team. Ich liebe dieses Team. Die sind richtig süß. Oh, die sind so toll. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Weißt du noch, wie die angefangen haben? Gerade so beim Tricksen. Die sind sehr viel bei mir in der Hundeschule gewesen, haben ja auch die Therapie und eine Ausbildung gemacht. Sind auch im Club und haben bei mir auch immer das ganze Online-Trickducken und so gemacht. Ja, stimmt. Wenn wir angefangen haben? Oh Gott. Zwei Klicks und der war fertig. Ja. Ja. Richtig. Wie krass war. Stimmt. Ja. Ja. Stimmt. Und der ist immer so, oh, der ist so doof. Oder der schneit das nicht. Oder reiht das nicht. Und wie immer so, doch, du bleibst am Ball. Das macht der. Das macht der. Und wie geil ist er jetzt. Ja, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Das bringt so Spaß, den zuzugucken. Ja. Ja. Beide auch, ne? Ja. Und sie ist ja auch so ein bisschen vertöffelt. Aber weiß das ja auch. Ja. Und sagt das auch so. Oh, nee, da war ich jetzt so langsam. Ah, nee. Und es freut mich immer so sehr, wenn sie dann von ihrer Arbeit erzählt. Und in der Therapie ohne Ausbildung, Bini, da war sie immer eine, die gesagt hat, oh, nee, ach, ich weiß ja auch gar nicht, was ich so machen soll. Ach, echt? Ja. Und ich kann das gar nicht so. Ey, und die hat da Spiele ran geschleppt. Mega. Ja. So geile Ideen. Und wie immer so, äh? Cool. Und du sagst immer, du weißt nicht, was du machen sollst. Ja. Guck dir mal an, was für ein geiles Spiel du gerade auf die Beine gestellt hast. Ist ja mega. Ja, die gehen jede Woche in das Altenheim oder in, ich glaube, betreutes Wohnen ist das. Und die macht da die Bewohner wirklich mit Anton glücklich. Ist ganz, ganz großartig. Ganz toll. Und es ist halt auch so, wenn ein Hund eine Therapie oder ein Team die Ausbildung macht, dann ist das nicht selten so, dass die mit dieser Vorstellung da reingehen und nachher was ganz anderes machen. Ja, cool, ne? Also finde ich mega. Ja. Wenn man da noch so auf andere Ideen kommt. Man erweitert ja auch so sein Horizont. Ja, richtig, genau. Und lernt dann ja einfach auch andere Dinge kennen. Und dann vielleicht merkt man, oh, ich möchte doch gerne mit Älteren arbeiten. Ja, genau, ne? Und nicht nur mit Kindern oder so. Sehr cool. Gibt es denn irgendwelche Einschränkungen, was die Rasse angeht? Nee. 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 Sagen wir es so. Viele denken ja immer so, ja, du hast immer so gut reden mit deinen goldenen Retriebern. Die machen wir es ja von ganz alleine. Natürlich. Klar, bringen die etwas mit, genetisch einfach. Klar. Wenn du einen Hund hast, der sehr reizaktiv ist, der jagdlich sehr ambitioniert ist, der vielleicht eine hohe Aggressions- oder beziehungsweise nicht eine hohe, sondern eine niedrige Aggressionsgrenze hat. Das sind halt Rassen, beziehungsweise Hunde, ich will das gar nicht so auf die Rassen nützen, die sind halt dafür nicht geeignet. Und na klar gibt es Rassen, ich sag jetzt mal Hüter, obwohl meine Kollegin, mit der ich die Ausbildung zusammen mache, ist das beste Beispiel. Heike hat nämlich zwei Border Collies. Stimmt. Aber wenn man jetzt die auch mal wieder mit meinen vergleicht, ist es trotz alledem so, dass man da einen Unterschied sieht. Ihre sind trotzdem, obwohl sie wirklich, das sind tolle Therapiehunde, die machen ganz wertvolle Arbeit. Wenn man sie aber vergleicht, merkt man, dass sie halt, sie sind nervöser, sie sind reizempfänglicher. Sie können in vielen Situationen, sagt Heike ja auch, das würden meine so jetzt nicht mitmachen. Okay. Kann vielleicht auch in Erziehung liegen. Ne, Heike, meine Süße? Vielleicht? Okay. Weiß ich nicht. Falls du das hörst. Wuhu. Nein. Aber klar gibt es dann da auch so ein bisschen einen Unterschied. Oder wenn du jetzt einen Windhund zum Beispiel hast oder ein Collie, auch ein gutes Beispiel. Die sind halt sensibler. Die sind, in vielen Situationen kannst du die nicht so gut lenken, weil sie einfach sensibler sind, unsicherer sind und auch einfach dickköpfiger. Also sie wollen es dann einfach auch nicht. Das gibt es ja auch. Wenn du so einen Bulli zum Beispiel hast, der dann sagt, nee, will ich jetzt nicht. Mach selber. Mach selber. Genau. Oder wenn du halt einen Hund hast, der sehr jagdlich ambitioniert ist und der vielleicht von Haus aus auch wirklich sehr nervös ist. Ich nehme jetzt mal den Wüschler. Ich kenne aber auch tolle Therapiehunde. Das sind Wüschler. Die Wüschler sind. Ja, okay. Ja, kenne ich auch. Ja. Man kann das nicht so verallgemeinern. Aber es hat ja schon auch seinen Grund, warum die meisten Therapiehunde irgendwie so Goldies, Labbys so in diese Richtung sind. Wir haben aber in der jetzigen Therapiehundeausbildung, die jetzt im März ihre Prüfung machen, die süße Ronja. Und Ronja ist ein Auslandshund. Ah, okay. Da ist ein Hüter drin. Ja. Weiß ich nicht, was da alles drin ist. Die ist jetzt nicht hier geboren. Also wie gesagt, die kommt aus dem Tierschutz, kommt aus dem Ausland. Und die macht ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit in einer Behinderteneinrichtung. Cool. Richtig cool. Ja. Aber auch da müssen wir ein bisschen gucken, weil man merkt schon in einigen Situationen, dass sie halt schneller nach oben fährt, also dass sie dann anfängt zu bellen, dass sie dann auf Reize reagiert, dass sie in manchen Situationen nicht ganz so schillig ist. Das muss man halt wissen. Ja. Man muss drauf eingehen und man muss wissen, wie man das dann lenken kann. Ja, ja, genau. Und dafür ist ja die Ausbildung, wie gesagt, ein Jahr. Und der Ereignungstest ist halt wichtig. Ja, das stimmt. Und wenn du jetzt sagst, das geht ein Jahr lang, wie funktioniert das? Also, du hast ja jetzt schon gesagt, auf Platz trefft ihr euch. Es gibt Webinare. Und was müsst ihr, muss man Praxiseinheiten machen oder wie auch immer? Geile Frage, weil wir haben auch gerade umgestellt. Ah. Wir machen das in unserer Ausbildung so. So, es gibt auf jeden Fall ganz viele Theorieeinheiten, weil wir es ganz wichtig finden, dass ihr wisst, was ihr da tut. Es wird viel um den Hund gehen. Das ist uns ein Riesenbedürfnis, weil ihr könnt nur eine gute Arbeit leisten, wenn ihr euren Hund versteht. Es wird zum Beispiel auch sowas geben wie Massageeinheiten. Oh, ja. Da kommt meine Hundephysio. Die zeigt dann, was man tun kann, um den Hund wieder zu entspannen. Weil man muss sich nichts vormachen. Der Hund arbeitet. Und jeder, der arbeitet, weiß, wie schnell man verspannen kann. Das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig, dass man immer auf seinen Hund guckt. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man die Ausbildung beendet hat, ich kriege das ja immer wieder zu hören, dass man eine andere, wie soll ich sagen, ein anderes Miteinander mit seinem Hund hat. Das ist dann nicht einfach nur ein Partner. Nee, das glaube ich. Sondern man ist viel intensiver mit seinem Hund. Man kann ihn viel besser lesen. Die kleinsten Veränderungen erkennt man bei seinem Hund. Kann ich mir total vorstellen, ja. Und dadurch, dass man ja auch viel intensiver trainiert und ja auch arbeitet, verlässt sich der Hund viel besser auf den Menschen. Und der Mensch kann sich aber auch auf den Hund viel besser verlassen. Alleine deswegen ist man schon ein ganz anderes Team, ne? Und, was soll ich jetzt sagen? Ach so, deswegen, genau. Es gibt ganz viele verschiedene Theorieeinheiten. Wir haben dann auch so einen Quatsch wie... So einen Quatsch wie, ne? Recht. Hygiene, Vorschriften, Konzepterstellung... Ja, gehört halt dazu, ne? Ach, Senioren, äh, dann, dann, also, ich mach das nicht, weil ich, was soll ich über Senioren sprechen? Ich bin keine Altenfliegerin. Keine Ahnung. Dafür hab ich eine Expertin. Das macht die, die du bei uns. Dann haben wir noch meine Tierärztin, die Frau Dr. Meinert. Die zeigt uns, wie man ein Verband wechselt. Ja. Wie oft hab ich da schon zugeguckt? Ja. Ich kann's immer noch nicht. Du kannst es immer noch nicht. Du willst es immer noch nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine Einheit. Dann haben wir die, 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 die süße Madeleine bei uns im Team. Die hat auch die Ausbildung bei mir gemacht und arbeitet mit psychisch kranken Jugendlichen. Die erzählt uns etwas über Kinder und Jugendliche. Dann haben wir die Steffi noch an Bord. Die arbeitet mit ihrem Hund mit psychisch erkrankten Patienten. Sagt man Patienten? Ja, sagt man, ne? Ja, kommt drauf an, in welchem Kontext. Also Erwachsenen. Manchmal sind es Patienten, manchmal sind es Bewohner, manchmal sind es Klienten. Ja, genau. Und da setzt sie ihren Hund auch sehr erfolgreich ein. Und ja, ihr hört halt schon, ich habe halt verschiedene Experten zu verschiedenen Themen. Es wird noch die Walli zu uns stoßen. Oh, ich verrate jetzt hier was. Walli! Ja, ich mache das einfach. Okay. Die Walli wird zu uns stoßen. Sie ist ja Lehrerin und sie wird dann den pädagogischen Teil ein bisschen abdenken. Ach, dann ist Walli Valeska. Ja. Aha. Juhu. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das durfte. Jetzt müsste ich das rausschneiden. Ich muss sie näher mal fragen. Du kannst ja einfach nur den Namen piepen. Ja, stimmt. Anni, ich weiß nicht, wie das geht hier. Ich weiß es auch nicht, wie es geht. Ich weiß es auch nicht. Naja, ihr hört schon, also es sind verschiedene Experten, weil ich finde immer, ich kann nicht alles bedienen. Nein, 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 geht ja auch nicht. Nee, früher habe ich ja immer gesagt, ich würde niemals so eine Therapie und eine Ausbildung anbieten, weil ich das gar nicht kann. Ja, aber du kannst ja deine Leute für das Thema holen. Richtig. Und dann hat Heike mich ja irgendwann gefunden, beziehungsweise wir haben uns bei einer Prüfung kennengelernt, dann hat sie mich ja angesprochen. Erst habe ich auch gesagt, nee. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, warum nicht? Ich kann so viel. Ja, eben. Nicht alles. Nee, aber du bist die Expertin, was die Hunde halt angeht. Richtig. Genau. Und viele Tricks werdet ihr natürlich lernen. Und dann ist es so, dass diese ganzen Theoriegedöns, das machen wir immer online. Das wird über Zoom stattfinden, das ist online. Und begleitend kriegt man sozusagen einen Kurs, wo dann ganze Videos dahinter hinterlegt werden. Handouts, Workbooks, dödöd. Das ist dann quasi in so einem Online-Kurs dazu. Und die Praxiseinheiten, die teilen wir auf in Form von, es wird Praxiseinheiten bei mir auf den Platz geben. Da machen wir dann zum Beispiel die Materialkunde und da werden wir dann sozusagen was nachstellen. Nehmen wir jetzt mal die Senioren, wenn man im Seniorenheim arbeiten möchte oder in der Schule möchte oder so, dann denkt man sich Spiele aus, die wir natürlich auch vorher so ein bisschen besprochen haben bei der Materialkunde. Und dann sind wir selber die Probanden und stellen das dann nach. Und die Hauptarbeit aber, die wird in den eigenen Einrichtungen sein. Ah, so, okay. Genau, das ist neu. Sonst sind wir ja immer mit den Teams in die Einrichtungen hingefahren. Ja, das erinnere ich mich noch. Genau. Und kannst du dich auch erinnern, wie gestresst die Hunde waren? Ja, das stimmt. Teilweise ja. Du hast das ja gefilmt teilweise. Ja, ja, ab und zu hab ich gefilmt, genau. Und viele Hunde können das einfach nicht. Und ich möchte kein Hundetraining machen, sondern ich möchte Therapiehundeteams ausbilden. Ja, ja, eben, genau, ne? Genau. Und für viele Hunde ist das aber Hundetraining. Und dann sind die schon so auf, dass die gar nicht zeigen können, was sie eigentlich können. Und sie sind dann ja auch nicht in ihrem Arbeitsumfeld. Ja. Wenn, ich hab zum Beispiel jetzt, im Moment hab ich eine Zahnärztin. Hier Dori. Stimmt, ja, richtig, ja. Ja. Stimmt. Ja, cool. Und was soll die im Seniorenheim? Sie hat das super gemacht. Ja. Ganz, ganz toll war das. Aber trotz alledem ist das ja nachher nicht ihr Arbeitsbereich. Nee, richtig. Und wir haben uns halt dafür, wie soll ich sagen, entschieden, dass wir das halt so machen, die Praxis wird auf dem Platz sein. Da kennen die Hunde das dann nachher auch schon, weil wir uns da ja immer wieder treffen. Und da haben wir halt auch sehr, sehr viel Platz. Und dann werden die Teilnehmer in ihren Einrichtungen, also ob es im Kindergarten ist, ob es im Altenheim ist, ob es in der Schule ist, ob es bei der Physiotherapie. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine ganz tolle Physiotherapeutin, die ich auch so gerne im Team hätte, wo noch was kommt, dass die dann bei sich in ihren Einrichtungen Sessions quasi abfüllen. Die reichen sie uns ein. Ja. Und dann besprechen wir die wieder über Zoom. Ja. Gebt ihr euren Selbst dazu. Mach mal so, mach mal so. Und dann gehen sie wieder irgendwann in ihre Einrichtung oder beziehungsweise die stellen das nach. Das hatten wir halt auch schon, dass sie das bei sich zu Hause, haben sie sich dann Kinder eingeladen und dann haben sie es zu Hause nachgestellt. Das ist auch okay. Ja. Und da kann man dann auch viel besser sehen, wie nachher irgendwann die Arbeit aussehen wird. Ich glaube, das ist nicht nur für die Hunde entspannter, sondern auch für die Hundehalter im Ding. Total. Also weil man einfach gelöster ist irgendwie. Glaubt. Also so ist es ein, für mich wird es so sein. Ja. Genau. Weil die Hundehalter sind ja auch aufgeregt. Und dann sind noch andere Hunde und ah, dein Hund kann das aber eigentlich gar nicht mit anderen Hunden noch zusammen. Ja, genau. Dann ist man, ja. Dann macht man auch Sachen wie an der Leine ziehen oder so, was man ja in der Einrichtung gar nicht machen würde, weil zum Beispiel da keine Leine umhat. Eben, genau. Richtig, ne? Und da ist er in seinen eigenen Räumen. Da kennt er das. Ja. Ist viel authentischer. Und viel lehrreicher. Ja, glaube ich. Dann nehmen die Hunde und die Halter und auch die Hunde viel, viel mehr mit. Für das spätere Arbeiten dann auch, ne? Ja, ja, klar. Weil man hat ja ein Ziel. Eben. Die machen ja die Ausbildung, um irgendwas zu machen. Ja, genau. Was auch immer. Sehr cool. Ja. Klingt spannend. Das wird im März wieder losgehen. Ich freue mich auch richtig doll auf die neuen Teams, was mich da so erwartet. Ist ja immer spannend, ne? Immer spannend. Immer spannend. In der jetzigen Therapie und der Ausbildung haben wir ja wirklich alles kunterbunt. Und die kommen auch von so weit her. Das ist verrückt. Die fahren teilweise zweieinhalb, drei Stunden. Wow, echt? Boah, cool. Aber es ist eine wahnsinnig geile Gruppe. Mega. Also sie sind wirklich richtig, richtig cool. Alle sehr, sehr bemüht. Ja. Und haben richtig Bock, auch was zu machen und nehmen richtig, saugen alles auf. Ja, das glaube ich, ne? Ja, ja. Ja, eben, weil man ja ein Ziel hat, ne? Ja. Man möchte ja was machen damit. Ja. Ja, finde ich cool. Und die Hunde sind ja auch wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Also ob man jetzt im Kindergarten arbeitet, ob man in der Krippe arbeitet, ob man im Seniorenheimen arbeitet, ob man in der Tagespflege arbeitet. Oder die ist mit dem Zahnarzt, finde ich mega. Zahnärztin. Ich bin da ja so ein Schisser auch beim Zahnarzt. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest einen Hund streicheln. Das würde, ja, würde mich total ablenken, glaube ich. Ja. Ja, genau. Richtig. Ja, ja. Und wir haben zum Beispiel in der jetzigen Therapie und Ausbildung, die jetzt im März die Prüfung machen, haben wir eine, die ist, wie heißt das? Also sie ist eigentlich Sterbehilfe. Ja. Sterbehilfeberaterin. Begleiterin. Begleiterin. Das klingt komisch. Ich war ja nicht zu Ende gesprochen. Sterbe. Okay. Ohne Hilfe. Begleitung, würde ich auch sagen. Sterbehilfeberaterin? Nein. Beraterin? Nein. Wie heißt denn das? Begleitung. Also, würde ich jetzt denken. Beratung habe ich noch nicht gehört. Ja, das ist ein Zahnarzt. Dass ich nochmal rauskomme. Sterbehilfeberaterin, das wäre crazy, oder? Nee, das ist, ja, das ist falsch. Entschuldigung, das ist ja eigentlich so ein wichtiges Thema, aber es ist schon, wie kann man nur wieder so sein, Frau Paulix. Ne? Ne? Oh, Natascha, wenn du das hörst, es tut mir leid, aber ich mache das nicht mit Absicht. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass sie ihren Hund nicht in dem Bereich eingesetzt hat, sondern sie ist auch noch Arzthelferin in einer Kinderpraxis. Oh, auch so eine gute Idee. Und sie nimmt ein Blut ab. Oh ja. Und Sammy ist so ein geiler Hund. Das ist unfassbar, wie toll er das macht. Und liebe Natascha, wenn du das hörst, glaub an dich, glaub an deinen Hund, weil sie ist auch so eine, die dann so ein bisschen immer Sorge hat. Und ich denke immer, wie heißt meine Hundeschule? Try the Dog. Und die machen einen richtig geilen Job. Sehr cool, ja. Das ist eine Mega-Idee. Ja. Im Hospiz kannst du den Hund einsetzen. In der Krebshilfe, also wie hier im McDonalds-Haus zum Beispiel. Du kannst den Hund bei den Angehörigen einsetzen. Absolut. Das vergessen auch immer ganz viele, ne? Man denkt immer nur an die Kranken, aber hier, ihr seid das beste Beispiel. Ja, ja, genau. Richtig, eben, ja. Absolut. Ihr seid das beste Beispiel. Total, ja. Ja? Und wie würde Oma Della sich das wünschen? Absolut. Genau das. Ja. Das Crazy Pit. Crazy. Können wir das nicht ändern? Können wir nicht sagen Dr. Crazy Pit? Dr. Oder Crazy Dr. Pit? Crazy Dr. Pit. Crazy Dr. Ja? Was der alles schon für Namen hat. Ich werde gerne fürs Aufstocken. Okay. Alles klar. Ja, also das war mal so ein kleiner Einblick, ihr Lieben. Spannend. Ja, sehr spannend. Ich sage auch so oft spannend, ne? Spannend, spannend. Oh, wie spannend. Oh, wie spannend, ey. Mann, spannend. Also geben wir jetzt mal spannend zu Ende. Ne? Tschüss. Tschüss. Oh, wie spannend. Tschüss.